Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. Ich weiß, wir sind nicht gerade der Nabel der Welt. Gloucester, ein 100.000-Einwohner-Cuff im Südwesten Englands zwischen Bristol und Birmingham. Aber schön ist es. Wir haben die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit. In der König Edward II. von England beigesetzt wurde. Und wir haben einen modernen kleinen Flughafen. Gloucestershire Airport. Klar, auch da ist nicht besonders viel los. Ein paar Chartermaschinen, Privatflugzeuge, Hubschrauber, 16.000 Passagiere im Jahr. Das war's. Doch berühmt ist ja trotzdem unser Gloucestershire Airport im ganzen Vereinigten Königreich. Und zwar wegen Tina Turner. Schließlich war sie jetzt, die uns geholfen hat, eines unserer größten Probleme zu lösen. Na gut, ein bisschen hat uns auch der Zufall unter die Arme gegriffen. Es war so. Eines Tages hatte einer meiner Mitarbeiter von der Flughafenfeuerwehr diese CD dabei. Ich glaube, es war irgendeine von Tinas großen Hitsammlungen. Er legte sie in den Player, drehte die Anlage auf volle Lautstärke und schon tönte Tina über das gesamte Flugfeld. Plötzlich begannen alle im Tower zu grinsen. Wir spielten die Musik auch am nächsten Tag. Und am übernächsten. Und dann kam mein Chef vorbei und beglückwünschte mich zu dieser genialen Idee. Danach haben wir Tinas Musik jeden weiteren Tag rauf und runter gespielt. In allen Zeitungen war davon zu lesen. In allen Fernsehsendern wurde berichtet. Sogar CNN war hier. Und alles wegen ihr. Danke, Tina. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.